ja 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 das ist ein glück das war die reiche familie die reiche familie hat wahrscheinlich vielleicht kann man noch ein golfschläger finden guck mal da etwas auf besuch aber guck mal davor das ist ein golfplatz wow okay aber die golfcadys wurden auch genutzt um zu den höhlen zu kommen da haben wir auch mal welche ich meine das ist ja milliardärsfamilie berg unten oh scheiße wir sind ganz schön weit oben ja genau dann würde ich sagen sehen wir sind jetzt das oben auf dem berg aufgeben was man einsammeln kann ich glaube ich hasse ihn ich glaube der ist jetzt ganz unten und die um ihn zu ärgern bleiben wir gehen wir uns einfach zu anderen hüllen damit er wieder hochlaufen muss okay wir uns merken er vergesst das bestimmt wieder nein quatsch bei matthew betriebs und gerade warum ist gerade das zeichnet hier verschwunden ist gerade gestorben das zeichnet sind da die wieder aufgeploppt das weiß kein gutes zeichen ja aber hier irgendwo ja ja der matteo ist runtergetaucht matteo bist du in so einem ding drin what the fuck äh ich bin jetzt du bist hier dark matteo edo wir müssen matteo töten der kam gerade aus dem glibber nein da fliegt in ruhe hier seid die bösen ein stück stoff in der hand bei drei eins zwei drei ja hat gut funktioniert ja hat